Musik Willkommen zurück Leute bei dem Spiel äh Final Fantasy 7 Im letzten Part haben wir sind haben wir Aeris nach Hause gebracht haben sie äh da gelassen und jetzt holen wir ab hahaha geht's dir wirklich nicht mehr gut kann ich dir nicht helfen ich würde dir gern helfen Typie oh äh du bist aber sehr früh auf ich konnte dich nicht bitten mitzugehen wo ich doch wusste dass es gefährlich werden könnte bist du fertig du musst durch den Slum in Sektor 6 um zu Tifas 7. Himmel zu gelangen äh was Hilfe Hilfe die Stoppuhr ich bring dich hin komm mit aber Tifa äh nicht Tifa Aeris oh jetzt fängt das schon wieder an wo ist sie denn jetzt hin Lady das kann nur Ärger geben ohne Witz achso ich hab sie jetzt erfüllt dabei wow okay wir kämpfen gegen ein Haus äh what the fuck komm mach mal einen Zauber Feuer will ich mal sehen oh das macht schönen Schaden Selbstmordtropfen ist das sowas wie Explosion jetzt kriegst du auf die Mütze schauen wir erstmal ob er das überhaupt überlebt was ja wow wie viel hältst du denn aus komm mach mal Gewitter Blitz klodert jetzt ganz schön viel Schaden bekommen crazy verrückt die Hunter äh ich kann nicht über den Kran achso es ist für mich in diesem Spiel oftmals schwierig zu sehen wo ich hin kann und wo nicht ich weiß nicht ob das nur an mir liegt oder ob das einfach so schwierig ist das Tor zu Sektor 7 ist dort drin danke jetzt müssen wir uns also verabschieden schaffst du den Weg nach Hause allein oh nein was soll ich jetzt machen ist es das was du hören willst bring sie nach Hause bring sie zu Sektor 7 ah wenn ihr jetzt schon mal da ist kann ich sie auch mitnehmen es ginge vielleicht werde ich dir nicht im Weg sein was meinst du mit im Weg nichts können wir eine Pause machen nein wir sind nicht hier um Pause zu machen Lady oh ich will rutschen oh warte ich muss mich mal kürzer im Auge kratzen beziehungsweise reiben das ist irgendwie total juck so ein nerviges ähm ich schaukel ich kann überhaupt nichts auf diesen blöden Spielplatz machen ich kann nicht glauben dass das immer noch hier ist Cloud hier drüben auf die Finger getreten au oh man welchen Rang hattest du Rang? du weißt schon als Soldier oh ich war erste Klasse genau wie er wie wer? ja mein erster Freund war was dir ernst? nein aber für eine Weile machte ich ihn schon vielleicht kannte ich ihn wie hieß er? ist wirklich nicht wichtig ähm hi was? oh da hinten tiefer? ja das Mädchen in dem Wagen war tiefer? wohin fuhr sie? sie sah komisch aus warte ich laufe allein weiter gehe heim oh bitte erstmal kann ich nicht äh hab ich sie jetzt dabei? ach man und wer soll mich jetzt heilen? muss sie jetzt wieder da haben? oh shit lady crazy wie cool ist es hier denn? die Musik Aeres würdest du bitte auf mich warten du blöde Kuh ein ziemlich gefährlicher Ort vor allem für Mädchen wir müssen tiefer schnell finden hey zwei wollt ihr euch nicht etwas ausruhen? wir haben ein schönes Zimmer wie wär's? ja ausruhen klingt eigentlich ziemlich cool wie viel kostet das denn? ja 10 gil das geht und wir sind wieder geheilt vielen Dank bitte kommen sie wieder oh nein ich muss erst mal aufs Klo was sind das für blöde Räume da macht man die Tür von dann kann man sich nicht mehr drin bewegen sie haben nicht nachgedacht bei ihrer Konstruktion was machst du da eigentlich? sind Katzen nicht großartig? diese hier ist etwas groß artig oh was ist das hier? ein Terminal piep piep wah kaputt okay ich werde einfach mal so erschossen crazy kann ich hier ein Haustier kaufen? ich hätte gerne eine Katze hallo wow warum sagst du nichts wenn du da stehst? äh sorry ich glaube ich hätte gerne ein Zelt ich glaube ich hätte gerne ein Zelt wie viel HP habe ich denn insgesamt? ein Haidrank und zwei Tränke nee nee gift gift wiedersehen auf den Rest verzichte ich hallo hallo bitte kommt rein hier gibt es einen Apothekengutschein wenn ihr jetzt kommt ich möchte nur kurz speichern 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 wer war denn jetzt ihr Freund der Kommandant das wäre crazy hey Junge du hast aber ein hübsches Mädel bring sie dem Don und du machst dein Vermögen ok ok ich verkaufe sie willkommen nehmen sie Platz wo es ihn beliebt ich bekomme heute noch einen Apothekengutschein oh 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 eh ok was darf ich ihnen bringen? äh Sushi hier wird zuerst bezahlt das macht dann 70 Geld danke ein Moment ah was machen die denn da? hier bitte lassen sie es sich schmecken ich nehme immer das Tagesgericht ich will auch einen scheiß Apothekengutschein aber hören sie mal ich habe überhaupt keinen Apothekengutschein bekommen du Schwätzer es ist ein bisschen früh fürs Essen komm später wieder du scheinst wohl der Don zu sein, was? wir haben schon geschlossen blöd Mann hallo du Fettsack was soll ich nur tun? lass euch kaufen alles was du willst nicht ringeln, Rüpel bekommen bitte lasst euch Zeit das ist die Umkleidekabine verrückt hier kann ich wohl nichts kaufen weil die blöde Lady so lange braucht dieses ganze Gerümpeln muss das hier herumliegen? das gehört alles dem Eigentümer des Waffengeschäfts er sammelt diese ganzen Sachen und bewahrt sie hier auf aber du meinst den Waffenhändler der einen Panzer in seinem Geschäft hat? aber du hast recht das hier ist nur Schrott wie seid ihr denn alle drauf? ey Boxen! bleib doch hier okay trainier mit uns okay oh je ich hab mal wieder zugenommen ach Gott Frauen ich auch ganz schön viel seit seit Februar zwölf Kilo scheiß also eins zwei drei Kniebeugen im Takt ich versuch's ja wie ist das? komm schon ich will auch boxen ich bin auch so männlich in schon wieder essen kannst du mir mal gefallen tun da ist schon den ganzen Tag jemand drin und kommt nicht mehr raus ich kann's nicht aushalten ey hier drin ist niemand guck weg der kotzt dem geht's nicht so gut der kotzt oh man hallo ja bestellen kann man an der Theke hallo und dann aha wirklich Mensch die sind die Zeiten schlecht aber hier sieht das Essen wenigstens lecker aus was ist das hier Karaoke uh ich kann so gut singen oh yeah wieso drück ich nach oben und er guckt nicht nach oben so fast schnell stört mich Gun Waffen kann ich mir alles nicht leisten tja blöd ciao muss ich wohl noch ein bisschen warten 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 nicht wahr nicht wahr guten Tag oh boah ist hier ein Dunst hallo gong wer bist du das ist das ist das ist ein großes Tier hier im Wall Market hör zu der Don ist nicht an Männern interessiert also verschwinde ey ich hab ne Lady dabei 3 oh äh cloud toll kann ich eigentlich nur 3 Mitglieder haben ja krass ja krass ja aber jetzt hab ich dir schon alles angeguckt oder ich hab auch nirgends die Kutsche gesehen naja ich würd sagen wir schauen im nächsten Part nochmal was ich jetzt machen muss äh ja ja doch ich wollte speichern eigentlich ich bedanke mich bei euch allen herzlichst fürs Zusehen wir sehen uns im nächsten Part endlich klappt das hier mal mit den Speichereinheiten das ist sehr angenehm wollte ich noch sagen bis zum nächsten Mal tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal